Wer ist, ob man das überall machen kann? LOL Und da spielst du... du spielst ja nicht mal mit Ich hab dich verarscht! Ich hab dich die ganze Zeit verarscht! Ich spiel doch gar nicht mit! IT'S TIME TO STOP! Und du hast die ganze Zeit nicht gemerkt! Oh mein Gott, Prank ist ja wundert Jetzt fühlt mich in die Luft Der Paar muss hassen... Pinkfier mit absolutem Prank Pinkfier Prank besser als Prank Bros Ich mach was nennt ein Pro-Gamer-Mode Mein Gott, bin ich dumm Hi Leute, wir kommen zurück zu einem weiteren Paar BAUSAS FUITS M1 mit Film 4 Hallo Und wir spielen heute Auftakt Island Die restlichen Shines Und das neue Feature Man kann sich jetzt teleportieren zum Glück Auch zu denen, wo man nicht drin wissen ist Okay, gut Man kann sich überall hinwappen Schade, dass es davor wie gesagt nicht drin war Aber naja, wie wärs So, also wir werden erstmal... Ah, vermisst wieder Leute Vermisst Anzeige Polizei Mario Sucht vermisste So, also Schau mal erstmal Es gibt auf jeden Fall hier noch Dahinter ist das Erste Ich hab das erst schon gesucht, aber nicht gefunden Und ja, für all die jetzt noch zuschauen Vor dem 13. März Um 29.59 Uhr Ihr könnt noch bei einem Gewinnspiel teilnehmen Beim ersten Video von BAUSAS FURY Das Spiel wird nochmal verlinkt sein Also macht er noch gerne mit So, crap Danke Wie mach man das denn best eigentlich? Eigentlich da verruntlet auf seitlich noch 5 Uhr, ne? Ja, ich probier's seitlich mal Ich bin voll alt abgerutscht Und ja, nachdem etwas weirden Ending letztes Mal Das verpasst hat auch jetzt um verlinken Ein bisschen weird Aber naja, gehst du weiter Jetzt haben wir nämlich dieses Island hier freigeschaltet Davor war es ja gesperrt Ja, davor war sie gesperrt Weil dann noch die schwarze Pumpe überall versträuchert haben Sparren Sparren Tim So, das nächste Also, ja Bei uns was zum Zeichen für dich, oder? Oder was ist das? Ist das was? Bist du jetzt wegflogen eigentlich? Oh na Ja LOL Okay Moment Weil Nintendo kein Bock macht Weitere Scheints einzuprogrammieren Und die würde es noch voll machen, weil sie wäre da egal Die Gaffee Didi des Bowser Junior Interessant? Interessant? Sack auch schon eingezahlt? Da hinten ist noch was drauf, siehst du? Aber sie ist im Stecken Ja, stimmt, ja Das ist ne ganze Schein Muss man da eben ein Stecken drüber? Anders ist so ein Ding gekürt Das ist auf dem quer Ich glaube, das ist der Mast von Von der Flagge, oder? Na, von der Fahne Ja So erstmal nehmen Geil So, wir fahren Mast Der umgefallen ist, geht's hoch und das ein bisschen ein paar Vöbel, ne? Da vorn beim Bowser Face war noch eins Hab ich gesehen Genau Die Vöbel schauen so weird aus, mit diesen Katzenohren Oh, wir haben uns verpasst Ja Ist es im Wasser, oder ist es da unten? Das war ein bisschen schwimmen gehen, ne? Und was mir aufgefallen ist, Mare schwimmt auch jetzt so anders, als wenn er jetzt... Siehst du? Mhm Warst nicht schon immer so? Kann sein, ich weiß nicht Ja, aber hier ist nichts Und wie einfach über was er die Luft anhaltet Ne? Im Rohr? Das sieht ja so creepy aus, wie... Oder so lustig, wie er einfach... Obwohl er über Wasser ist, er halt einfach die Luft an Ah, und die Plessy Münzen sind auch als gespawnt, okay nice Ja, was ist ein Plessy Münzen? Da muss man durchfahren, die kann man aufsammeln, das ist ja Ist dir das sowas wie die Katzmünze gerade? Keine zu ist ein Katzmünz nicht, oder? Na, das ist einfach, das ist so, was wir zeigt, nur halt mit Plessy Ah Und wo ist das letzte Ding jetzt hin? Ah, da habe ich es gesehen Da unten? Ja, da unten ist der Vorsprung Da Ah Plessy hat so wie jetzt aus Da ist es aus Im Schiff Lässt nicht so wie das einfach so beharrt Was hat denn Tennis? Ich bitte dabei gedacht Ja, guck, lass einfach mal Katzen Guter Katzen Entendu beim Haus, wenn er so ein Spiel ist Ja, ähm, was machen wir jetzt für ein... Ja, von früher schauen ja geil Katzenvideos Ja, von früher schauen ja geil Katzenvideos Ja, also lass einfach mal Katzen machen, oder? Katzen für Katzen, ja Übergang Fünf Katzen sind ein Stück Ich baue da keine Katzenohorn Ninc, dinc, dinc Linc Doch er ist wenn er mir aussahess ab der Katzenohorn Ja, da ist nicht Und eine wichtige Frage noch, was mir aufgefallen ist ist eigentlich bau ist jetzt wieder so eine agro phase das war nicht mehr wie spotman wenn man so ein ding bekommt oder ist ein von normalen fahrs response also dass er wieder zurück geht in den panzer wenn man jetzt leuchtung kriegt was man und wüsste überhaupt da hinten oder geradeaus wahrscheinlich versteht das ich oder da ist ein bisschen links hinter die ganzen wenden da ist ja wurscht wir machen erst das mal die plästigen münster die gesagt oder ja doch punktgenauern und da ist eine wolke wir wollen auch wo man sich lieben sein da ich habe wieder angeschaut es hat mir Zeit ein ein bisschen ja doch ja wer ist ob man jetzt überall machen kann und da spürst du schon spürst du schon verarscht ich will es ist die ganze zeit mehr und mein gott präziger davon unterscheidet sich alle folgen wird das mal lasst ich will nicht kennst du ja die röse verarscht und alle verarsche wo ist das waren jedoch auch hoch zu dem lag wo ist das nächste ob dies die bitte die pirella pflanzen da unten ist es wo sind aber laut gehen wir halt erstmal sonst zu dem zu der wolke es gibt insgesamt 100 scheint wir haben schon 52 also wo ist sie was dauert noch ein bisschen einfach zu kann zu kaffee die seele zünder er zündet mich in die luft der part muss heißen fängt wir mit absoluten prank fängt ihr prank besser als prank bros wenn der part so komisch heißen sie jetzt anfang schauen wundert euch nicht alles gewollt hat viele partner und erst mal die zielten zehnfachen aufrufe gegen frank bros oh jesus gott oh jesus gott jesus gott na gut andere religion andere glaube ich habe gerne kommentare welche religion ihr habt wir sind römisch-katholische wie juckt so was ja eben ist das was ich nicht aber ich habe schon oder was sagst du sowas nur haus jüge will juckt das aber wo ist die angebot ist die münze zingern war gerade ausschließlich komische münze also die der zeigen und soll hässliche grimace wo ist das hier da unten da hinten unten um die gummi plassi erlaubt sammels es ist ein aber gut ist ein weiteres kommt von scherla mach turbo plassi dass die ganze mussten und so zu fahren genau mit dass die Medaillen Sammelfieber warum kommt aus etwas gibt mit Wutblöcken die man aufbauen muss und der Tipp kommt einfach nicht mehr so schnell Luft ne vielleicht muss man in der Fuhr machen ja ich hoffe nicht da wird egal sonst was man das da unten alles neues Ding ist von der Kina ist und haben wir doch hin Blutschatten an Bord aber das ist wieder dieser komische Lappen über Luigi oder wer das war oder Luigi der Heslon ich kratze dich ins Gesicht Toilette weg mit dir da ist ganz das müssen du jetzt ein übelster Speedrunner aber ein bisschen zurück wie Luigi der Speedrunner was mit dir los? was war das? wie er sich Hull fühlt ich weiß gegen Luigi den Speedrunner ich finde ich vielleicht besser als Prank Bros plus Luigi der Speedrunner so ist der Braindead jetzt läuft es aber schnell mit dem Teleportieren schonmal 5 Shines oder Fing 4 Prank besser als Prank Bros und ist schneller als Luigi die Eigenschaften also erst mal 5 schonmal in die ersten 9 Minuten des Parts vielleicht sind es für euch 10 mit dem Intro läuft wie gesagt da ist noch was schmuse Katzensee dann darf man es von dort hin so ich habe gehört es gibt mit ah da ist der Captain Tony es gibt ein teleportieren ein paar Schwierigkeiten aber naja bis jetzt noch nicht bei dem Spiel da mit Waffen es hat Schwierigkeiten geben Todtrupp Anführer auf abwägen hab ich mal so gehört aber ich weiß nicht bestimmt gehen runter da unten ganz unten links von der Insel da genau da stelle ich wo er so gut okay das sind die Blöcke gehen wir hin ob das jetzt vielleicht funktioniert du musst machen ich kann es du musst die Karte machen du solltest dumm werden ach so das hat ich habe keine Rechte äh bau sie kein bock ja das ist ein bisschen das ist na gut wie soll man das jetzt sagen ne im letzten Fall ich darf nichts falsches sagen im letzten Fall im letzten Fall ich bin beschwert das ist ähm das war zu oft kommt jetzt kommt da zu wenig oft das ist man muss jetzt mittelweg finden soll der kennt ihr jetzt mal äh da oben das machen warte einfach mal aufbaut oder deine mitten kommt da jemand da ja da kommt immer dann machen wir dabei was anderes da rüben links gibt es noch sehr viele schau mal machen wir erstmal da rechts machen wir da mal alles das da ja das da schmutzig hat sie das der zweite Toad weil wir müssen die wahrscheinlich alle retten aber die ersten haben wir jetzt schon den Captain Toad da müssen wir ja ne ohne das ist kein da ist auch noch Plessi Münzen ein Zerfüll von es hat das ist Ascheleister Katholus am Pressing müssen um das ist immer so wie der Settel die eine Woche schon wieder ziemlich kreisend das ist der Bissens an Scheint weiß nicht das gerechtfertigt ist kommt jetzt ein bisschen wird vor aber ich habe es ist ein gespürt war so die muka redet dann ein plan sonst viel oder was ja ich schon was haben wir die freunde haben wir erst kurz bevor wir hinkommen ja was was ist weil dann können wir ab der zeit raus genau die märzte erkennt dass die spielmusik obwohl ich bin gleich gespürt das ist der reflex nicht so mit mal auf buckel von plässen mit mario reiten in den standards und dann kurz mit bestehende bäume nieder machen warum fahr ich ihn zurück ich finde der porten frage ich mich gerade so kann man das auch schon machen jetzt kann ich nicht vor der luft bin oder naja es ist der wie bei gellet wie bei den politischen genau das ausgebleicht ist könnte sein weiß ich nicht da hinten aber auch da kommt wieder okay das ist ein der stoff ist egal ausgefahren ist das da drin das das wort ist dann erst da aber das auch mal auf uns reinzunehmen geht es was sie ein tuns macht ja auch nix dann gehen wir jetzt mal noch eine scheibe sind ausgenommen die noch da die andere wir kennen uns ja hinter borten sei jetzt flexibel zum glück direkt hinter uns wahrscheinlich das war kein da ist der spieler hatte das hat noch zeit jetzt anfang kriege dann steht fast nur hin dass sie das auto was nirgendwo hinfahren man sagt soll ich glaube ich werde ein bisschen kürzere party der machen diese zwei spiele muss es wie so wie so ein junger mit dem kleinen bruder der drei jahre ist und in die mit spielen oder da nichts denn nichts falsch machen kann weil ihr leben nur beim großen bruder zählen ich konnte aber auch das spring aber jetzt soll die katze da muss man noch die kies wird zurückbringern akkum macht es und jetzt bitte das kostet natürlich natürlich muss es genau jetzt haben wir springen und mein gott was ist denn das absurde fahren und mein gott die katze transformiert die glücksinsel ist einfach ist und warum ist als große bauke nur kurz weg der muss sind nein und warum kommen kurschau karten schale hat sich ein Münster geworden und alles verkackt kennt man ich habe diese pixel bau sagt cool aus blutland giga warum gibt es noch ein giga glock auch so wenn man normal mit mal ja ich verstehe ich normal schalten wir das level frei da und da wäre es dann vorgesehen dass man wird man die jährlich sehr gut und wo ist bau sein schutz aus und mit augen aber da gibt es später hätte gesagt wo wir schauen mal das gleiche machen wird es da unten müssen die Wutblöcke sonst da gibt es noch aus den Glücksinseln bei Glücksinsel was ist und ist das in Bauer zuerst hat man es ist immer liebten die Türen und es hat das spät aus Bord das ist ein so laut dieser Wort die die mit dem der Unterungs da unten was aber auch bewusst ist es ist es ist oben wenn es sich als Vorsprung da das ist der Vorsprung und zurückkommt das Mönchengen das ist die Idee warum kann ich auch aufgetragen ein Schnappschuss die gibt es noch mal weil das nach oben ein Anfänger aber so das geht ganz nach oben absoluten da ist es schon der Vorsprung das ist kein Plan zeigen wir mal erst mal den Nuki damit kann man gut so ziehen wir es nochmal hoch wo war es ungefähr in der mitte Schau auf die Karte. Ja, und in der Mitte. Servus, Guys. Tschüss. Ich werde was ein Pro-Gamer-Move nennt. Oh mein Gott, ich bin dumm. LOL, du hast es gesehen. Da ist ein Toady. Der chillt da unter der Schanze. Verschanzt unter der Schanze. Tschüss, Toady. Erst können wir kurz mit dem Schwanz schlagen. Dann käme ihn. Beste. So. Das war sogar der Show. So, wie gesagt. Im nächsten Part machen wir dann da oben weiter. Da gibt es auch noch einiges. Wir warten dann im nächsten Part auf Bowser, dass wir da unten das machen können. Das da und da ins andermal Wutlöcke. Da oder da. Da ist viel andermal Wutlöcke. Dann könntest du soweit gerne bei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und verpasst die nächste Folge nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.